Mehr Nutten, mehr Koks, Scheiß auf die Erdbeeren. Mary Roos und Wolfgang Trepper sind wieder da. Am Anfang der besten Geschichten steht immer eine Schnapsidee. Aus der Schnapsidee wurde eine Erfolgsgeschichte. Nutten, Koks und frische Erdbeeren war fünf Jahre lang deutschlandweit ausverkauft. Jetzt will Kabarettist Wolfgang Trepper mit der Schlagerrentnerin Mary Roos und einem neuen Programm auf Tour gehen. Frau Roos hat ja kaum Besuch im Hain. Ja, da kommt überhaupt keiner durch. Kommt keiner. Da haben wir gesagt, da hole ich sie raus. Und sie freut sich auch. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder draußen bin. Ja, und jetzt kommen wir alle nochmal. Jetzt fahren wir nochmal auf Tour. Ja, nach Schwedt. Ja, das ist schön. Und Ransbach. Ransbach. Rumsbach, wo das wieder heißt. Auch schön. Und die eine Stadt, wo alles kaputt ist, Berlin. Berlin, da war auch schön. In Berlin sind wir sogar zwei Tage. Ja. Und in Hannover drei Tage. Ja, in Hannover. Ja, Kiel auch. Und wie heißt die eine Stadt, wo die immer so lustig angezogen sind? Köln. Köln. Da war toll. Köln war super. Ach, da freue ich mich doch. Wie viele Veranstaltungen haben wir jetzt gemacht? Wie viele Aufführungen? 200 und. Ja. Und jetzt kommen nochmal welche. Übrigens, Mary kennt Köln gut. Sie ist bei dem Richtfest vom Kölner Dom. Hat sie gesungen. Ja. Ja. Wir schenken der Ahle ein paar Blömmchen. So, Schande. Ja. Aber wie dem auch sei, also kommen Sie doch auch. Wir machen nochmal einen. Mehr Nutten, mehr Koks und Scheiß auf die Erdbeeren. Am 10. September 2020 geht's los. Können Sie doch auch. Dass es sich lohnt. Ja. Ja. Ja.